Angesichts des anhaltenden russischen Angriffskriegs gegen sein Land hält der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Wahlen in der Ukraine eigenen Angaben zufolge für nicht angebracht. Ohne den Krieg im Land stünden in der Ukraine eigentlich im Oktober Parlamentswahlen und im kommenden März Präsidentschaftswahlen an. Aufgrund des im Land verhängten Kriegsrechts sind diese aber ausgesetzt. Wir müssen entscheiden, dass jetzt die Zeit der Verteidigung ist, die Zeit des Kampfes, von dem das Schicksal des Staates und des Volkes abhängt, und nicht die Farce, die nur Russland von der Ukraine erwartet. Ich glaube, dass jetzt nicht die Zeit für Wahlen ist. Zuletzt hatte in der Ukraine die Diskussion um mögliche Wahlen an Fahrt aufgenommen. Unter anderem kündigte der frühere Präsidentenberater Oleksii Arestovic an, gegen seinen ehemaligen Chef antreten zu wollen. Die westlichen Verbündeten der Ukraine und insbesondere die USA drängen die Ukraine, möglichst bald demokratische Wahlen im Land abzuhalten. Diese wären mit erheblichen Hürden verbunden. Rund 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets werden derzeit von russischen Truppen besetzt. Millionen Ukrainer sind ins Ausland geflüchtet. Angesichts anhaltender massiver russischer Angriffe wäre ein Urnengang mit erheblichen Sicherheitsrisiken verbunden. Zudem wäre eine Gesetzesänderung nötig, um Wahlen unter ukrainischem Kriegsrecht zu ermöglichen.